Die Stille, was ist ihr Geheimnis und wo finden wir sie? Mit dieser Frage hat sich unser heutiger Gast über viele Jahre beschäftigt und gleichzeitig, vielleicht aber genau deswegen auch, über 800 Persönlichkeiten interviewt und mit ihnen über Gott und die Welt gesprochen. Vor allem aber über das Mystische. Sein Talkformat hat inzwischen Kultstatus und ich freue mich besonders, heute Thomas Schmelzer bei uns zu begrüßen. Buchautor, Moderator und Dokumentarfilmer. Herzlich willkommen, Thomas. Danke schön, ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo Thomas, schön, dass du bei uns bist bei Pantarail TV. Hallo, ja, freue mich sehr und ich finde es auch toll, euer neues Format. Die Farben sind wunderbar, deine Moderation. Und ich freue mich jetzt mal in einem anderen Setting hier zu sitzen. Genau, jetzt musst du mal sprechen, du darfst mal sprechen. Jetzt wollen die Leute mal von dir wissen, wer du bist und was dich alles so begleitet hat, was dich getrieben hat, all die Jahre. Ich habe das ja beobachtet, ich habe schon viele deiner Interviews gesehen und habe mich immer gefragt, was ist das eigentlich, was den so unabhängig gemacht hat? Kannst du das irgendwie beschreiben, dass du so unabhängig deinen Weg gehen konntest? Es war natürlich ein Weg, ein Entwicklungsweg. Also erst mal Schule, normal, hier dann Abi, zweiter Bildungsweg, dazwischen eine Ausbildung gemacht, wo ich merkte, nie mehr mache ich irgendwas, wo ich nicht wirklich dahinter stehe. Ich habe so dazu durchgezogen. Dann hatte ich eine Krebserkrankung und das hat mir gezeigt, ich kann nur noch das machen, wo mein Herz lacht. In dieser Krebserkrankung wurde mir wirklich klar, wie weit ich von meinen Herzen schon wieder entfernt war. Es war eine schwierige Jugend, schwierige Kindheit. Ab da wusste ich, was mich wirklich fasziniert und wirklich interessiert. Eben das, was ich da erleben durfte. Es war eine sehr intensive Geschichte, Metastasen in der Wirbelsäule, Chemotherapie und all dieser Kram. Und in dieser Zeit hatte ich wirklich ein mystisches Erlebnis, wo ich erst mal durch den ganzen Schmerz, durch alles durchfiel, wo ich gesagt habe, okay, dann soll geschehen, was geschehen soll. Und ich landete wirklich in meinem Herzen und in der Stille. Und ab da wusste ich, das ist es, was mich fasziniert und interessiert. Wenn ich so etwas Wunderbares auf Erden hier erleben darf, das will ich erforschen, darüber will ich berichten. Und ich wusste vorher schon, ich will in den Medien tätig sein, aber ich wusste überhaupt nicht, worüber will ich überhaupt sprechen, was interessiert mich. Und ab da wusste ich es. Und ansonsten war es einfach ein langer Weg des Versuches, des Recherchierens, des Lernens, der Moderation, Schauspiel, Filme machen. Habe ich mir alles so ein bisschen nebenbei immer wieder selber beigebracht. Dann im spirituellen Bereich immer wieder dazugelernt. Aber die Vision war klar, über Spiritualität möchte ich meine Medienarbeit machen und irgendwann sogar eine große Show. Und naja, ich bin dem treu geblieben, immer mit dem Risiko, zwischendurch auch mal arbeitslos zu sein und wenig Geld zu verdienen. Aber lieber so, lieber dem Herzen folgen, lieber dem eigenen Licht folgen, dann bist du glücklicher. So habe ich es immer gefühlt. Ich habe ein bisschen geschmunzelt, als ich deine Website durchgeschaut habe und gesehen habe, Höhepunkt deiner Moderatorenkarriere, schreibst du, 2001 in der Kindersendung von Super RTL. Dachte ich so, gibt es ja nicht. Also jetzt kennt man ihn für diese vielen, vielen Interviews, auch mit ganz außergewöhnlichen Persönlichkeiten aus dem Ausland, die über Transzendenz, Gotteserfahrung und so weiter gesprochen haben. Ist es mit einem Augenzwinkern oder hast du das sozusagen auch für die geschrieben, die eigentlich sozusagen an RTL und an dem offiziellen Medienkanon auch orientiert sind? Wie meinst du das genau? Gute Frage. Ich muss es sagen, ich werde es ändern auf der Indervita, weil es war mir gar nicht so bewusst. Das habe ich damals sicherlich geschrieben, als ich noch mehr in der Fernsehwelt mich etablieren wollte. Es war ein Höhepunkt, es waren 200 Folgen, war ein Riesending. Viele Kinder haben das gesehen, heute Erwachsene sprechen mich immer noch darauf an. Aber in der Tat war das ja noch gar nicht meins. Ich habe Texte auswendig gelernt von mir gegeben. Ich habe mich mit Kochen und Essen beschäftigt. Leute, die mich persönlich kennen, schütteln den Kopf, was, du, Kochen, Essen? Ja, also Essen tue ich gerne, aber Kochen bis heute nicht. Aber trotzdem ging es darum, natürlich den Kindern beizubringen, wie Nahrung entsteht und so weiter und so fort. Aber es war natürlich eine super spannende Erfahrung, 200 Folgen in allen möglichen Settings, mit Kindern, ohne Kinder, frei zu moderieren, nicht frei, viele Texte auswendig zu lernen. Da habe ich sehr viel gelernt. Später auch im TV-Kolleg Wirtschaft, das waren so Stationen im Fernsehen, wo ich aber immer fühlte, das machst du nicht ewig, das lernst du jetzt, verdienst du gutes Geld und so. Aber du wirst was anderes machen. Ich kann nur, irgendwann wusste ich, ich kann nur noch die Themen machen, die mir echt am Herzen liegen. Und irgendwann haben wir einfach angefangen, 2008 erste Interviews zu drehen mit zwei Kameras. Ich saß so stocksteif da, habe zwei Fragen gedreht. Der Interviewpartner zehn Minuten geantwortet und so. Und dann hat sich das allmählich entwickelt. Ab da wusste ich aber, ja, das ist mein Ding. Wer waren so deine ersten Gäste? Weißt du es noch? Jean Ruland war eine wunderschöne Begegnung, die ich vorher auch schon kannte. Ein Astrologe, Christopher Weidner, das ist irgendwie acht Minuten über Astrologie, ein bisschen wenig, aber das war trotzdem. Und ein Interview, das nie online ging, weil wir die Kameras vertauscht haben und es technisch nicht ging, Tich Nhatan. Ich habe eine Stunde mit Tich Nhatan gesprochen und hinterher haben wir gemerkt, oh scheiße, die nahe und die Totale waren ausgetauscht und es war nicht zu gebrauchen. Aber das waren so erste Erfahrungen und dann so allmählich kamen immer mehr Leute dazu. Ja, und inzwischen hast du den ganzen Kanon, kann man mehr oder weniger sagen, auch international abgeschritten. Deine Titel, also der erste Dokumentarfilm hat im Untertitel Das Geheimnis der Stille und zwar No ist der Haupttitel, das kannst du vielleicht gleich noch erklären. Dein Buch jetzt heißt die Stille in mir. Also was hat es mit der Stille auf sich? Ja, ich finde grundsätzlich, deswegen fand ich doch auch die Anmoderation so schön, es immens wichtig, immer wieder daran zu erinnern, wie heilsam es ist, wenn man sich jeden Tag ein bisschen Ruhe und Stille gönnt, wenn man jeden Tag ein paar Minuten für sich ist. Das muss ja nicht in großer Meditation ausatmen, da hat ja auch nicht jeder Lust dazu, aber in der Natur zu sein, sich zu erleben, einfach zu sein. Irgendwo auf dem Platz, auf dem Stuhl zu sitzen, einfach, wie fühle ich mich denn gerade, was ist denn gerade los, den Körper wieder mehr zu fühlen. Und dadurch kommst du schon mehr in die Stille. Und das ist eben etwas, finde ich, unglaublich Heilsames, wenn du dann auch doch Lust hast zu meditieren und zu erfahren, dass du natürlich in der Meditation in eine so wunderbare, tiefe, erfüllende Stille kommst. Da ist kein Gedanke mehr da, da ist kein Gefühl mehr da, da ist ein Erfülltsein da, du fühlst dich im Herzen kraftvoll, hochbewusst. Meditation ist ja nicht wegmeditieren, sondern du bist ganz wach, ganz bewusst, ganz da. Und das ist so wunderbar. Und plötzlich kommen dann plötzlich Antworten, Fragen auf das Leben, die du da immer wieder gestellt hast. In der Stille kommen sie da plötzlich. Kannst du auch erstaunt sein, wo kommt das her? Vielleicht von meinen Hörern selbst oder Geistführer, das muss man jetzt gar nicht so genau unterscheiden. Aber die Stille hilft eben auch, dass du wieder ein bisschen auf deinen Weg kommst. Und der erste Film, den man im Moment jetzt gar nicht irgendwo kriegen kann, wir werden gucken, dass man den wieder streamen kann, ist tatsächlich ein Film über das japanische No-Theater. Da habe ich die Ehre gehabt, für ARTE WDR sieben Wochen in Japan zu verbringen und über das No-Theater zu berichten. Das hat so einen Stellenwert wie bei uns die Oper. Und es sind so Leute mit Masken und das ist eine sehr schräge Musik. Und das ist so, oh, nisch, und dann, bing, und das ist so wirklich völlig strange. Inzwischen durch verharren alle Schauspieler und auch das Publikum und es ist ein magischer Moment der Stille. Deswegen hier der Titel auch, ja. Was mich auch, was mich fasziniert hat, als ich das alles geguckt habe, ich habe ja vieles dann auch sozusagen mal angeteast, war, dass du die Leute immer auch irgendwo abholst und sozusagen die Fragen stellst. Also wenn dir jemand sagt, zum Beispiel, was habe ich da, diese Mettlerin, das fand ich besonders lustig, diese Queen of Metal, Doro Pesch, die dann auch erzählt hat, wie sie als Vegetarierin lebt. Und aber gleichzeitig auf der Bühne ist sie von ihren vorherigen Inkarnationen gesprochen hat, dass sie mal so eine Art Haudegen war, der viel gesoffen hat und in eine Prostituierte verliebt war und so weiter. Und du hörst dir das alles an, aber du gehst dann immer auch den Schritt zurück und sagst, kann sein, aber kann auch nicht sein. Also der Zuschauer bekommt auch immer wieder diesen Wink, okay, wer weiß, ob es wirklich so ist. Den Thomas, da gehe ich jetzt mal mit, weil der stellt es auch immer noch in Frage. Der rennt nicht allem sofort hinterher und sagt zu allem Ja und Amen. Ist das leicht oder wie hast du das empfunden? Kann man da auch immer wieder heraustreten oder lässt du dich auch gerne mal mitreißen? Es ist ein spannendes Erleben. Ich sage mal so, ich liebe es, den ganzen Tag über Spiritualität zu sprechen und kann jetzt ein bisschen davon leben. Die Kamera läuft nebenbei, wie hier jetzt auch. I love it. Ich liebe es einfach. Und da bin ich der Thomas, der ganz persönlich erst mal sich wirklich für die Leute interessiert. Das ist ja das Tolle bei so einem freien Format, wie bei euch auch. Ich kann mir aussuchen, wen ich einlade und bin deswegen immer wirklich an der Person und auch am Thema interessiert. Und dann lasse ich mich auch überraschen. Also manchmal geschehen dann so Gespräche, wo der Gast auch sagt, hey, so habe ich mich noch nie reden hören. Und wie spät ist es denn jetzt eigentlich hier? Zeit und Raum sind völlig kein Gefühl mehr für die Zeit. Und dann weiß ich, wow, da ist es was Tolles geschehen. Und manchmal gehe ich auch aus der Rolle des Moderators raus und sage, naja, ich sehe das so und so. Was hältst du davon? Und das merke ich, lieben die Leute auch. Da ist so ein bisschen jetzt auch meine Meinung, ein bisschen mehr von mir auch erzähle. Aber gleichzeitig habe ich immer den Zuschauer im Auge, welche Fragen würde er oder sie stellen. Und gehe dann immer wieder einen Schritt zurück und frage auch mal so grundsätzlich, ist das beweisbar? Wie kann ich das verstehen? Oder ich sage auch immer wieder, das klingt jetzt wirklich wunderbar, die geistigen Gefilde. Aber jetzt gibt es vielleicht Zuschauer, die sind gerade traurig in ihren Ängsten. Wie können diese Menschen in diese Stille kommen? Also da versuche ich dann immer wieder dieses Mitdenken mit den anderen. Und gleichzeitig liebe ich es wirklich, den Menschen zu begegnen. Das ist ja nie nur ein Gespräch über Themen, sondern wow, der Person zu begegnen. Und was mich dann immer fasziniert, was ist dein ureigenes Licht? Und dieses Licht will ich noch mehr verstehen und erleben, sodass die Zuschauer eben auch spüren, wow, das ist so die Essenz des Wissens, aber auch der Person, die man da spüren kann. Ja, zum Beispiel, wie in deinem Film, also die übersinnlichen, du hast zwei Teile gemacht. Da sieht man dich zum Beispiel mit dem Pascal Fockenhupper in einer Veranstaltung sitzen. Die Kamera zeigt dich auch im Publikum. Und dann passiert es, dass er mit einem anderen Medium, James van Praag, also einem englischsprachigen Medium, irgendjemandem im Publikum sagt, da gibt es eine Verstorbenen in deinem Feld. Und dann fangen die an, diesen Verstorbenen zu sehen und so weiter. Wie war das für dich? Also hast du dann gedacht, ist vielleicht bei mir auch ein Verstorbener? Oder guckst du da einfach zu, als wie wärst du im Konzert? Naja, ich bin natürlich auch vorher schon lange mit diesen Themen zu Gange gewesen, habe schon spannende Erfahrungen gemacht und wusste schon, da ist mehr dahinter. Das ist völlig klar, das ist real, was da geschieht und so. Und trotzdem war das alles sehr, sehr aufregend mit dem Pascal zum Beispiel. Also ich bin wahnsinnig glücklich, dass die Übersinn nicht so viele Menschen erreicht. Ich glaube, hunderttausend Leute haben den schon gesehen, natürlich auch Panther Ray, ganz wunderbar. Und da bin ich erstmal sehr glücklich, auch was das Thema betrifft, dass das Thema einfach so eine Verbreitung findet. Und beim Pascal war es so, wir haben schon gesagt, ja, wir machen ein schönes, langes Interview und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann hat er halt tatsächlich meine Tante, die hat sich dann gemeldet, hatte dann auch noch eine Botschaft für mich. Und ich lasse mich dann auch berühren, ich bin da ganz der Thomas und schaue, was geschieht. Und bin trotzdem auch der Moderator, der immer so ein bisschen wie so eine unsichtbare Regie, das ja trotzdem leitet so ein Gespräch. Das ist so eine runde, so eine dramaturgische Geschichte erzählt wird. Und trotzdem lasse ich mich voll drauf ein. Und dieser Wechsel ist ja auch wunderbar. Da kam eine tiefe Botschaft, die hat mich voll berührt. Und da war ich auch sehr gerührt. Und das sieht man auch an der Kamera. Mit James van Praag, die beiden auf der Bühne, das hat sich relativ kurzfristig ergeben. Hey, die sind beide auf der Bühne, ihr könnt auch mitfilmen. Cool, das ist natürlich einfach ein Publikum. Wir haben es mitgefilmt, haben gehofft, dass es einigermaßen wird. Wurde dann auch. Und James van Praag war nochmal eine unglaublich schöne Begegnung. Ich meine, da bist du schon ein bisschen aufgeregt, wenn so ein Weltstar, ich meine, erst das berühmteste Medium weltweit, muss man einfach mal sagen. Der war vorher auch im Fernsehbusiness übrigens tätig, über so Comedy-Schreiber und alles Mögliche. Und irgendwann meldete sich, während er an dem Set war, am Drehbuch gearbeitet hat und mit einer Schauspielerin meldete sich plötzlich, ich glaube, die Mutter dieser Schauspielerin. Die hat gesagt, sag es ihr. Und dann, Alter, was soll ich jetzt machen? Und das erzählte er auch im Interview mit mir. Aber die fand es dann okay, ne? Ja, die fand es toll und war auch sehr, sehr berührt. Und das zeigt dann auch immer, dass es schon richtig war. Und da hatten wir, da wussten wir, wir werden das Interview machen. Es war ein sehr heißer Tag und wir sind ein bisschen früher gekommen. Und dann kam er so in lustigen Shorts, war gerade beim Baden, hey, I'm James, how are you? Also völlig easy, voll nett. Und dann war erstmal diese Aufregung weg. Und dann hat er sich sehr, sehr liebevoll sehr viel Zeit genommen und es war ein sehr schönes, herzliches Gespräch, eine sehr schöne Begegnung. Und das spüre ich dann immer, da bin ich dann immer, war ich ja am Anfang immer so voll erstaunt, dass die Gesprächspartner sich ja freuen, wenn man auf einer Ebene gemeinsam ist. Manchmal war ich so schüchtern und so, aber männlich merke ich, das ist es, was die Zuschauer und die Gesprächspartner auch lieben, dass man gemeinsam auf einer Ebene über diese Themen spricht. Und die gemeinsame Absicht ist ja immer, heilsames Wissen weiterzugeben. Und wenn das gelingt, bin ich auch immer ganz glücklich. Ja, und er hat auch, finde ich, sehr stark rübergebracht, wie wichtig der Humor ist. Ja. Also der hat dich ja auch richtig zum Lachen und zum Schmunzeln gebracht in dem Interview. Das ist sozusagen die eine Komponente und gleichzeitig bist du richtig tief eingetaucht in bestimmte Gespräche. Also ich denke jetzt da zum Beispiel an diese Reinkarnationstherapeutin auf dem obersten Punkt einer Burg. Magst du davon mal erzählen? Das war ja schon auch ein eher ernstes Gespräch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was habt ihr da besprochen? Ja, das war in der Nähe von Salzburg. Es gibt so eine schöne Burgruine. Und ich bin ja doch überzeugt, mal im Mittelalter schon gewesen zu sein. Wahrscheinlich nicht als Ritter, sondern als Minnesänger, was ich dann auch in diesem Film so erzähle. Deswegen dachte ich, das passt. Und habe mit ihr dort einfach über ihre Arbeit und Tätigkeit gesprochen. Und ich wusste vorher schon ein bisschen was. Und sie hatte einfach, ja, erzähl, sie ist auch die Ursula de Marmes, so heißt sie. Sie hat irgendwie, ich glaube, schon mit 40.000 Menschen gearbeitet, unglaublich erfahren, war schon auch im Fernsehen und so. Und hatte einfach nochmal über ihre Arbeit erzählt, was sehr berührend war. Weil sie diese Rückführung, muss ich ja immer dazu sagen, ich würde jetzt keine Werbung machen, habe ich im Film auch nicht gemacht. Geht alle zur Rückführung. Sondern wenn du einen starken inneren Ruf hast und wenn du das Gefühl hast, dass ein Thema du einfach ansonsten nicht lösen kannst. Ein Problem, was immer wiederkehrt. Dann ist es vielleicht, wenn du vom Herzen auch diesen Ruf hast, eine gute Idee, mal zu einer Rückführerin oder Rückführer zu gehen. Das sage ich immer bewusst dazu. Gehe wirklich zu einem, der bekannt ist, die bekannt ist, die empfohlen wird. Weil es gibt viele, die nennen sich Rückführer, die haben es in einem Wochenendseminar gelernt. So, das gibt es leider auch. Aber dann ist es schon eine faszinierende Erfahrung zu erleben, dass es sein kann, dass im früheren Leben irgendeine schlimme Sache passiert ist. Dann guckt man sich das aus haltbewusstem Zustand an und plötzlich löst sich was in der Seele. Und darüber haben wir gesprochen. Und diese Doro Pesch, die war ja auch bei ihr in der Sitzung, die hat dann auch darüber erzählt. Also diese Metal-Rock-Sängerin. Ja, und woran ich immer sehe, dass es eigentlich schon längst bei uns angekommen ist, auch in den letzten 100 Jahren, ist der Bezug auf Freud. Also einer deiner Interviewpartner hat gesagt, bei Freud hat es nicht geklappt. Warum? Er hat sich ganz stark mit Hypnose beschäftigt. Also das heißt, er ist auch in eine Art Trance-Zustand gegangen und hat versucht, seine Patientinnen da ganz stark auch sozusagen abzuholen. Aber letztendlich, was blieb übrig? Die Hysterikerin und er als natürlich eine Arztfigur, die natürlich für die Literaturwissenschaft, für die freie Assoziation eine große Rolle gespielt hat. Aber es lag wohl daran, hat einer deiner Interviewpartner gesagt, dass es nicht im Gefühl angekommen ist. Dass er die Gefühle, die aufsteigen wollten, nicht zugelassen hat, sondern dass es zu sehr im Kopf war. Und wir sagen ja ständig irgendwie, hallo, Achtung, Dr. Freud, wenn man sich irgendwie verspricht. Also der freudsche Versprecher ist ja bei uns im Sprachgebrauch längst angekommen. Also eigentlich ist vieles ja schon längst über Jahrzehnte, vielleicht sogar über 100 Jahre da gewesen. Du bringst es aber nochmal auf eine andere Art und Weise rüber, oder? Würdest du sagen? Ja, also es ist auch interessant. Ich meine, Freud war ja lange Zeit die Korrifäe. Mittlerweile gibt es einige Bücher, die zeigen, dass er halt schon sehr erfolgsgetrieben war. Dass er gewisse Dinge verheimlicht hat und andere Sachen gepusht hat. Und man weiß auch, dass in früheren Perioden, wo er Menschen in die Kindheit geführt hat, diese Menschen sehr oft plötzlich im früheren Leben gelandet sind. Und eine Weile hat er das auch zugelassen und irgendwann war das einfach nicht mehr Teil seiner Lehre. Und das ist schon spannend. Und das erleben andere ja auch, die mit Menschen arbeiten. Dann kommen plötzlich so Erinnerungen. Und Jung ist da ein bisschen weitergegangen. Der sprach ja dann schon von den Archetypen. Und er sprach sehr viel mehr auch von Wiedergeburt und diesen Dingen. Ich würde sagen, das ist auch im Laufe der Gesellschaft so, dass damals man das auch noch gar nicht hätte annehmen wollen. Selbst wenn jetzt ein anderer Psychologe noch mehr über Wiedergeburt gesprochen hätte. Ich glaube, allmählich ist jetzt die Zeit, dass immer mehr Menschen sich für dieses Wissen öffnen. Wobei es immer wieder Wiedergeburt eine Rolle spielte. In meinem Wiedergeburtsfilm beim Bundesmaterial gibt es auch so einen kleinen Bereich, wo gesagt wird, dass Wagner in seiner Oper, und zwar Parsifal, da gibt es ja von Kundry wird gesprochen, die im früheren Leben auch schon seine Mutter war. Das heißt, selbst Wagner hat in seinen Opern schon immer wieder diesen Gedanken der Reinkarnation eingebracht. Und auch die Idealisten, die Philosophen aus früheren Jahrhunderten, da gab es immer wieder welche Schopenhauer und so, die sehr an Wiedergeburt geglaubt haben. Aber in der großen Öffentlichkeit habe ich das Gefühl, wird es jetzt allmählich immer normaler, auch über dieses Thema zu sprechen. Und da merke ich auch, da war ich so berührt und getrieben. Ich hatte echt vor 25 Jahren schon angefangen, Material zusammenzudem Thema Wiedergeburt. So nach dem Motto, wenn ich irgendwann Filmemacher bin, mache ich vielleicht auch mal Film drüber. Das habe ich dann vergessen. Und witzigerweise, vor drei Wochen, da habe ich meine ganzen alten Unterlagen durchgesehen, da habe ich dieses Material wieder gesehen. Und da wusste ich, war wie so ein innerer Auftrag. Ja, manchmal erkennt man ja dann auch Sachen wieder in alten Unterlagen, in altem Material, was man eigentlich schon längst vergessen hat. Aber dadurch, dass man es wiederfindet, fällt einem dann ein. Das beschäftigt mich eigentlich schon immer, schon ganz lange. Und das war für mich auch ein toller Moment, Wiedergeburt. Nicht nur im Buddhismus und im Hinduismus, sondern auch 30 Prozent der Christen glauben anscheinend an die Wiedergeburt. Das hat ja dieser spätische Wissenschaftler gesagt, wenn ich richtig informiert bin, oder? Ja, Moor, Thila Moor, der hat auch ein dickes Buch geschrieben, sehr, sehr spannend. Und der hat sozusagen so ein bisschen gezeigt, dass viele Stellen in der Bibel auch so gedeutet werden können, dass da durchaus von Wiedergeburt die Rede sein kann. So, wo Jesus mit Elias, glaube ich, spricht. Und der sagt, du warst in früheren Zeiten schon Johannes. Das war, glaube ich, eines der berühmtesten Zitate. Und es gibt auch so Informationen, dass vor dem Konzil zu Nizea, glaube ich, um 340, im Film wird es genauer gedacht, ich weiß gerade nicht mehr genau, vorher war das durchaus noch für einen Teil der Gläubigen völlig normal, an Wiedergeburt zu glauben. Und irgendwann wurde halt sozusagen von oben beschlossen, was ist jetzt die gängige Sichtweise, dann wurde das sozusagen irgendwann ausgeschlossen. Das heißt, die frühen Christen in den ersten Jahrhunderten haben durchaus viele, auch ganz offiziell über Wiedergeburt gesprochen. Und der Bariton Papadopoulos, den hattest du auch im Interview, der sagt auch so schön, er sei mal ein Mindesänger gewesen. Ja, voll süß. Also du bist auch auf Musiker zugegangen und es sind eigentlich durch die Bank auch sehr, fast immer sehr offizielle, offiziell wirkende Persönlichkeiten, finde ich. Also sehr, auch mit Doktortiteln, mit Honorationen ausgestattet, denkt man gar nicht bei diesem Titel. Und jetzt ist ja sozusagen die Frage, wie transzendiert sich das jetzt in die Zukunft? Also was meinst du, wie wird es aussehen in der Zukunft? Wo gehen wir hin? Ja, also zunächst mal, mir war es ja immer wichtig, sozusagen nicht nur die esoterisch bekannten Leute zu interviewen, weil das kennt man eh schon, sondern zu gucken, wo gibt es denn ganz normale Leute, die auch so Erfahrungen gesammelt haben. Und es gibt ja den Klaus-Peter Wolf, dieser Krimi-Autor, der auch plötzlich Rückführungen gemacht hat, nur weil er recherchieren wollte für ein Buch und hat dann auch Erstaunliches erlebt. Das war mir deswegen auch besonders wichtig, solche Personen auch mit in den Film zu bringen. Und der Gregor, das ist ein lieber Freund von mir mittlerweile, liebe Grüße. Welcher Gregor? Gregor Papadopoulos, ja, jener Sänger. Das war sehr, sehr lustig, irgendwie eine Woche vor Drehschluss, wir hatten noch ein bisschen Platz, Zeit im Studio, wussten, wir machen da ein kleines Interview, meldet er sich und sagt, du, hat spontan das Gefühl, ich muss dich jetzt anrufen, dann kommen wir ins Gespräch und dann sage ich, ja, ich mache keinen Film im Wiedergeburt. Ah, Wahnsinn, ich habe eine Erinnerung an früheres Leben. Und dann habe ich den super spontan eingeladen, wusste nicht, was passieren wird und es war einfach herrlich, was er da erzählt hat. Nur mal so, dass man so mitkriegt, wie lustig geführt scheinbar zufällig Dinge auch geschehen. Ja, und ich glaube, wir leben in super spannenden Zeiten, viele, viele sprechen von einer Wendezeit. Das ist auch immer wieder Thema in unseren Gesprächen bei Mystica TV. Was heißt es jetzt? Natürlich, Pandemie in dieser Zeit sind sehr viele Krisen entstanden, sehr viele Menschen sind aber jetzt sozusagen viel stärker berufen oder haben den inneren Ruf herauszufinden, was für ein Mensch möchte ich jetzt wirklich sein? Was ist denn jetzt wirklich mein Licht und mein Weg? Und viele Menschen, ja. Entschuldige, glaubst du daran, dass jeder Mensch auch selbst entscheiden kann, ein anderer zu werden? Glaubst du, das ist möglich? Nee, ich glaube, man muss auch dazu sagen, wir sind so unterschiedlich. Ja, deswegen bin ich immer sehr vorsichtig zu sagen, das und das ist Regel und so sind alle. Aber ich würde schon sagen, dass sozusagen das Leben, unser höheres Selbst, unser Lebensplan, dass es da gewisse Dinge gibt, was wir uns vielleicht vor diesem Leben bewusst oder unbewusst vorgenommen haben. Und dass wir in diesem Leben dann dahingeführt werden, zum Beispiel bestimmten Personen begegnen, wo das von vornherein schon irgendwie abgesprochen war. Ja, was wir dann aber daraus machen, das liegt ganz an uns. Und ich glaube auch, dass es so einen inneren Ruf gibt, so was wie, wo du spürst, boah, das ist, da lacht mein Herz, das will ich eigentlich machen. Und dann bin ich oft auch in meinen Beratungen so dabei, die Menschen zu ermutigen, wirklich dem Herzen zu folgen. Weil das entspricht dann oft einem Lebensplan, ja, das entspricht der eigenen Farbe, der eigenen Qualität. Das herauszufinden, sich da besser kennenzulernen, zu erforschen, um noch mehr zu erspüren, wo will das Leben mit mir hin. Und nicht sofort daran zu denken, kann ich damit auch Geld verdienen, sondern ein bisschen später schon auch daran zu denken, aber erstmal, wo lacht mein Herz, das halte ich für immens wichtig. Und viele Menschen sind da heute, glaube ich, viel mehr auf der Suche und auch auf dem Weg, als es vielleicht eine Weile der Fall war. Und man sieht an verschiedenen Dingen, zum Beispiel, es gibt den Channeling-Kongress, aber auch das Thema Meditation ist heute für viele völlig selbstverständlich. Wenn auch viele sagen, ich selber habe gar keine Lust zu meditieren. Heute weiß jeder, was Meditation ist. Ja, oder Yoga, ne? Vor, keine Ahnung, 30 Jahren war Yoga noch so was Spezielles. Da waren die paar Hanseln, die nach Indien gefahren sind. Gut, es gab auch eine Welle, nach Indien zu fahren. Aber jetzt ist es ja wie so ein normaler Sport, wie ich gehe ins Fitnessjahr, ich gehe ins Yoga, jederzeit in Mathe zu Hause und genau. Ja, also es sind spannende Zeiten. Ich glaube schon, dass sich da was tut, dass das Feld sich öffnet. Trotzdem bin ich auch jetzt nicht so, es gibt ja manche, die erwarteten schon 2012 Wendezeit und boah, jetzt werden wir alle erleuchtet, steigen in die fünfte Dimension auf. Nein, wir Menschen sind unterschiedlich, aber das Interesse wird größer, die Schwingung ändert sich, glaube ich, von der Sonne ausgehend, die Erde. Das heißt, Klimaerwärmung kann man auch nochmal anders deuten, will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ich weiß es ja auch nicht, aber es könnte auch andere Erklärungen dafür geben. Und es könnte schon sein, dass eine gewisse Wendezeit sich da gerade zeigt und dass es vielen Menschen heute sehr viel leichter fällt, sich zu öffnen, medialer zu werden und zu meditieren. Und irgendwie fällt es vielen Menschen heute sehr viel leichter als noch vor einiger Zeit. Aber es ist doch interessant, dass das irgendwie Krisen braucht, also so wie jetzt, so wie in deinem Leben auch, dass du sagst, ich musste diese Krebserkrankung haben, ich musste da mal ganz tief nach unten fallen. Ich habe mich komplett geöffnet und war dann in dieser Stille, die mir dann auch ganz große Glücksgefühle beschert hat. Also einerseits sind wir in einer sehr prekären Zeit und gleichzeitig in einer Zeit, die unglaublich viel Weite und Möglichkeiten bereithält. Wo siehst du dich da? Wer bist du? Bist du ein Türöffner? Bist du einer, der jetzt nach 800 Interviews mit so vielen Leuten sagen kann, ja, ich steige jetzt auf in die nächste Stufe, ich mache jetzt einen auf Akademie. Du hast ja eine Ausbildungsakademie bei Mystica TV. Magst du darüber erzählen? Wo bist du da in diesem Spektrum? Es gibt, genau, es gibt die Akademie, das sind einfach Online-Kurse, also keine richtige Ausbildung, aber so 20 Online-Kurse, wo man aber schon in Form einer kleinen Ausbildung verschiedene Sachen lernen kann, mit den Gefühlen besser zu arbeiten, inneres Kind, Kontakt zu Geistführer und all so Sachen. Ja, also erstmal bin ich nach wie vor der super neugierige, interessierte Thomas, der auch selber sich auf dem Weg befindet. Und ich sage immer, ich habe 10.000 Bücher gelesen, auch so Interviews geführt, 40 Kongresse moderiert, bin aber trotzdem auf meinem Weg und bin genau wie alle anderen auch manchmal mit Themen konfrontiert, wo ich voll gefordert bin, wo mir all das Wissen erstmal nicht viel hilft. Und auch in der Pandemiezeit hatte zwischendurch echt meine Krisen, wo ich nochmal an sehr, sehr alte Themen gekommen bin. Natürlich habe ich dann auf der einen Seite die Möglichkeit, mit lieben Menschen zu sprechen, Beraterinnen, Traumatherapeuten. Und dann habe ich ein bisschen Wissen und weiß, ah, ja, so funktioniert unser Gehirn und man kann auch meditieren, aber es braucht Zeit und der Körper braucht seine Liebe und Natur und all diese Dinge. Musste ich mich aber auch selber erstmal wieder daran erinnern. Das eine weiß ich alles und das andere muss man dann auch machen. Also, das ist so die reine Thomas-Ebene, da bin ich ganz normal auf dem Weg und gar nicht erleuchtet. Das macht aber auch nichts. Aber du hast erzählt, du wolltest mal erleuchtet sein. Das ist richtig, ja. Ich hatte schon verschiedene Stufen und ich war eine Weile auch bei einem spirituellen Lehrer und habe da Wunderbares erfahren. Auch vorher schon in Satsangs, das ist so Zusammensein mit der Wahrheit, ist so ein Begriff aus dem Indischen. Und da gab es einige spirituelle Lehrer, die mich fasziniert haben. Samapan ist jetzt einer davon. Und da habe ich zwischendurch wirklich wunderschöne Erwachenserlebnisse gehabt, wo ich so in der Stille und im Frieden und in der Freude war, wo ich dachte, wow, cool, das ist noch ein kleiner Step und dann bin ich erleuchtet. Erleuchtet, ne? So, was heißt erleuchtet sein? Das weiß man ja gar nicht. Dass die, die wirklich erleuchtet sind, die sagen, da gibt es gar keine Identifikation mehr, du bist einfach sein und pures Sein. Und das sind Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können, die wir nicht erleuchtet sind. Zugleich ist immer die Frage, was heißt eigentlich erleuchtet sein? Ja, Enlightenment ist ja eigentlich auch Aufklärung, also klar, ne? Aufklärung. Und da war es ja eigentlich nur, habe Mut, sich deines Verstandes zu bedienen. Also den Verstand für das Positive, für die gute, optimistische Vision einzusetzen, um es jetzt mal in unserer heutigen Sprache so ein bisschen runterzubrechen. Also sehr vielfältig interpretierbar, würde ich sagen. Absolut. Und eine andere Form ist auch dieses Wachsein erwachen. Das ist ja eine Prüfung, eine Übung, die man täglich machen kann. Wenn ich glücklich bin und ich verdiebt bin, dann bin ich super wach und es geht mir wunderbar. Aber wenn ich ein Problem habe, dann verdrängt man, man will es nicht sehen, man ist traurig. Und dann trotzdem irgendeine Methode finden, dass man sagt, ich bin jetzt trotzdem ganz wach in diesem Prozess. Das heißt, was ich auch von einem Lehrer wirklich gelernt habe, vom Shanti, dieses, ich bin in Frieden mit dem, was ist. Und gerade in ganz schwierigen Momenten ist das die erste wunderbarste Übung, weil dann entspanne ich mich in dem Moment. Selbst wenn Krankheit da ist, große Probleme, Krise, Beziehung oder was auch immer. Ich entspanne mich erst mal, wenn ich sage, okay, ich bin in Frieden mit dem, was ist. Und dann natürlich, wie gehe ich vor, was kann ich tun? Das ist dann schon so weiter der Weg. Und das ist es. Und da gibt es verschiedene Stufen des Erwachens, dass du eben immer mehr wacher bist, immer mehr präsent bist. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die kann man zum Teil dann auch nur fühlen und erfahren. Ich habe eine Weile sehr viel meditiert und war dann einfach so im Bliss und so in der Stille und in der Wachheit, wo ich fühlte, da geht es hin. Hört sich super an, aber heute sagen dir vielleicht auch viele, genauso wie im Mittelalter, ja, Moment, aber wenn ich auf dem Schlachtfeld stehe und dir heilt jemand das Schwert auf dem Bauch, dann kannst du nicht sagen, perfect bliss, das bringt dir gar nichts. Dann hast du im nächsten Moment nämlich die Waffe im Bauch. Also ich spitze es jetzt zu, du weißt, was ich meine. Und wir sind in diesem Hin- und Hergeworfensein und du hast so viele Menschen befragt. Hast du irgendwas, wo du sagst, jetzt auch zum Abschluss für unsere Zuschauer, das ist was, woran ich mich immer halten konnte? Und das hat mir irgendwie so eine Richtschnur gegeben, auch in dem Moment, wo man sich wirklich gefährdet oder angegriffen fühlt. Also frontal, wo man nicht mehr auskann. Also ich mache mir überlegen, es gibt natürlich vieles, was ich gelernt habe durch auch eigene Erkenntnisse, Erfahrungen, Prozesse. Zum Beispiel, so ein paar Beispiele, die Traumaforschung, Traumatherapie halte ich für unglaublich wichtig. Gerade in der Pandemiezeit ist vielen Leuten nochmal klar geworden, was es bedeutet, traumatisiert zu werden. Oder alte Traumata, die wieder hochkamen. Und das ist erst in den letzten 30 Jahren bekannt geworden, wie großartig man da auch Menschen helfen kann. Wie man da gegenseitig sich unterstützen kann, das ist das eine. Dann das andere, ich war auch lange Zeit davon überzeugt, du findest die Stille in mir. Das ist auch richtig so. Aber das soll jetzt nicht dazu führen, dass man zu Hause im stillen Kämmerchen meditiert und erst wenn man voll im Bliss, in der Liebe ist, kann ich auf andere zugehen. Nein, von Anfang an bitte begegnet euren Mitmenschen, begegnet euch, sprecht über Gefühle miteinander. Selbst wenn ihr keine Beziehung habt mit lieben Freunden, das halte ich für unglaublich wichtig und wesentlich. Und das ist auch aus der Traumaforschung immer klarer geworden, wie wichtig Beziehung ist, dieses Miteinander. Und das wird manchmal in der spirituellen Szene, finde ich, noch unterschätzt. Jetzt kann man natürlich sagen, Beziehung, ja, Beziehung zu sich selbst, zum eigenen Herzen, aber auch zu den Mitmenschen, das heilt schon sehr vieles. Und ansonsten, ja, es gibt so viele Themen, die mich faszinieren. Ich finde, wir sind in einer sehr, sehr speziellen Wendezeit. Und ich liebe es einfach, tätig zu sein und dafür zu sorgen, dass immer mehr Menschen darüber nachdenken, jetzt gerade Wiedergeburt. Also, ah, das erleichtert mich ein bisschen, wenn ich weiß, ich war möglicherweise schon jahrtausendelang immer wieder hier. Ich habe viele Erfahrungen, aber auch viele alte Erinnerungen und viel Kram schleppe ich mit mir mit. Ja, das ist kein Wunder, dass das manchmal plötzlich irgendwann wieder hochkommt. Aber das Tröstliche für mich ist, ich glaube absolut daran, dass die Evolution voranschreitet, dass es immer weiter geht in Richtung Bewusstseinserweiterung, in Herzöffnung, für uns alle, aber auch als Menschheit. Und das ist zutiefst tröstend. In jeder schwierigen Stunde kannst du wissen, es gibt Blockaden, es gibt Pausen, es gibt verrückte Erlebnisse, aber es geht weiter. Und letztlich dient alles deinem Seelenweg, deiner Bewusstseinsentwicklung. Und das finde ich so wichtig als Botschaft und da glaube ich zutiefst daran. Ja, und da sind wir jetzt wieder bei der Stille, da wo wir eigentlich auch angefangen haben. Es geht natürlich ganz stark um die Kommunikation, aber wir sind auch in einer Zeit und in einer Welt angekommen, wo es auch immer wieder darum geht, dass wir auf die Stille zurückgeworfen werden, ob wir es wollen oder nicht. Und mehr dazu werden wir gleich in der nächsten Folge hören mit Thomas. Bis gleich. Danke, dass du da warst, Thomas. Sehr gerne. Danke auch. Danke.